Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten, andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 634 Jahre später. 634 Jahre später. Die Arche Hyperion, 20.000 menschliche Kolonisten. Die Andromeda-Galaxie, Habitat 7 im Helios Cluster. Die Arche Pfeife Wir sind da. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder, Aufklärungsexperte, Pathfinder Missionsteam. Pathfinder Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Oh ja, bitte. Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Ryder, mal sehen, wie's Ihnen geht. Hierhin sehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Ah. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Wahl des Tons. Ja, da gibt es emotional, logisch, zwanglos und professionell. Okay. Ähm, das wäre professionell. Selbst wenn es das nicht wird. Wir sind bereit. Das hoffe ich. Wissen Sie etwas? Der Pathfinder will Sie alle in einer Stunde missionsbereit haben. Sehen Sie hierher. Weshalb die Eile? Weiß ich nicht, aber irgendwas ist faul. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Hoi. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tepero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Ähm, mein Implantat? Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routine-Check. Wir wollen sicher gehen, dass die Verbindung durch die Starsinn nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist die Rolagen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen. Theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Er sieht, was ich sehe? Oh Gott, das ist ja irgendwie ein bisschen creepy. Ähm, die haben jetzt gerade gecheckt, ob ich nach 600 Jahren Dachschaden habe. Sehr gut. Ich bin voller Tatendrang. Ich taue noch auf. Wie ein 600 Jahre altes Eis am Stiel. Ich hoffe, es gibt genug Kaffee. Bestätige. Laut Ihres Adenosin-Spiegels in Ihrem System funktioniert das Neuralimplantat einwandfrei. Ähm, Adeno-was? Es bedeutet, Sie sind noch nicht ganz wach. Aber das ist kein Grund, Sie hier zu behalten. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Was ist hier los? Weiß ich nicht. Die Piloten angepennt. So, funktioniert. Den Link fokussieren. Funktioniert irgendwie so. Schütze auf! Ich bin so gut wie drin. Halten Sie durch! Cora hier. Ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Ist Ihnen allen gut? Ich denke schon. Was war das? Wissen wir nicht. Die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört hier. Äh, wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Rider. Nein! Jolle! Ähm... Ja gut. Alles klar. Wir sind mit der Hyperion angekommen. Und irgendwie haben die Piloten gepennt. Alles klar. Es sieht aus, als wäre die Stase-Kapsel von einer Art Spannungsstoß getroffen worden. Aber es ist doch alles in Ordnung, oder? Ich führe gerade eine Diagnose durch. Die Synchronisation des Prozessors dauert einen Moment. Sind die Dichtungen beschädigt? Nein. Es scheint alles intakt zu sein. Die Gravitationssysteme sind wieder aktiv. Okay. Wie lautet die Prognose? Ich darf sie nicht verlieren? Na ja, machen wir emotional. Das klingt gar nicht gut. Keine Sorge. Das bedeutet lediglich, dass der Vorgang etwas länger dauert als üblich. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen. Aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wieder erlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Okay. Ich warte an der Tür auf Sie, Rider. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Ich muss mich natürlich erstmal umschauen. Wir lassen vorerst alles, wie es ist, aber ich will eine Rund um die Uhr überwachen. Wir wissen nicht, ob die Star so noch uneingeschränkt besteht. Verstehe. Das heißt, einzelne Körperfunktionen könnten zurückkehren. Andere hingegen nicht. Wir können es einfach noch nicht mitgewinnen. Das hört sich nicht so gut an, Leute. Kann man sie eigentlich da drin sehen oder so? Nee, ne? Nee, ist komplett zu. Okay, Leute, wir schauen uns erstmal um. Hier gibt es haufenweise Leute zum Anquatschen anscheinend. Ich gehe mal kurz zurück. Ich glaube, das macht keiner. Wow, Kyroschlaf. Guck mal, die hängen bis zur Decke. Oh, da draußen. Und da ist jetzt so ein komischer Nebel und die Hyperion, die ist ja jetzt nur noch nicht klein, ja. Der hier schläft noch. Ja, Gott sei Dank. Und die Piloten haben, ich weiß nicht, haben die gepennt oder was? Ich meine, das sieht man doch, wenn da so ein dicker Nebel ist. Merkwürdig, manchmal sind die Charaktere, die reden so leise. Und dann wieder normal. Und dann wieder normal. Okay. Gut, alles klar. Wow, yeah, rennen. Können wir auch springen? Nee, springen können wir nicht. Oh, warte. Ihr Verdauungsapparat hat über 600 Jahre lang keine feste Nahrung verarbeitet. Wir müssen es langsam angehen. Okay. Mann, wie das schon klingt. 600 Jahre. Ja. Und komplett ohne Pfannkuchen. Aber ist doch... Wie wär's mit flüssigem Pfannkuchen? Bäh. Tut mir leid. Das Zeug ist breich und milchig. Schmeckt wie Kleister. Also trinkeln gibt's dafür keins. Ihhh, flüssige... Aber ich meine, die waren doch jetzt alle eh in Kyrostase. Ist das nicht dann, naja, halt auf Eis gelegt? Dann funktioniert doch alles noch so wie vorher. Hey, Hayes, wer bist du? Das klingt toll, oder? Zumindest so lange, bis die Schwerkraft ausfällt. Du meinst, bis die Pilotenpen, das hab ich doch schon mal gesagt. Oh, warte. Davon hab ich schon mein ganzes Leben geträumt. Ich hoffe, nur die Realität wird dem gerecht. Ist natürlich jetzt auch... Was machst denn du da? Ist ja bad. Ich hab mir da auf, mit deinem Ding da rumzufummeln. Nee, war das klang falsch. Hallo, ich bin Gian Garson, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. Ja, ich meine, mein Schiff geht zwar hier gerade unter, also das Schiff, aber wir quatschen natürlich. Die anderen Arschen? Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist die Arche Hyperion mit der menschlichen Population an Bord. Ja. Die salarianische Arche Parcero ist im Jahr 2185 aufgebrochen. Im selben Jahr haben auch das Schiff der Asari, die Arche Lucenia sowie die thurianische Arche Nathanus die Reise angetreten. Und unser Ziel? Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Vorbehaltlich der finalen Einschätzung des Pathfinder-Teams wurde Habitat 7 als wahrscheinlichster Kandidat für eine Kolonisierung ausgewählt. Ach da, wo wir gerade sind, wo der tolle Nebel existiert, na wunderbar. Und der Pathfinder? Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedelung einzuschätzen. Jeder Arche geht ein Pathfinder voran, der die jeweilige Spezies repräsentiert. Der derzeitige Pathfinder der Arche Hyperion ist Alec Ryder. Laut aktuellem Dienstplan sind sie dem Pathfinder-Missionsteam zugeteilt, Specialist Ryder. Genau, also wir sind der Sohn von dem Alec. Er ist der Pathfinder. Wie ist der Missionsstatus? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Hyperion im Helios Cluster eingetroffen. Weitere Missionsdetails sind aufgrund technischer Probleme nicht verfügbar. Als Aufklärungsexperte ist es ihre Aufgabe, die Einschätzung goldener Welten durch Erkundung, Kartierung und wissenschaftliche Analysen zu unterstützen. Ihr derzeitiger Befehl lautet, sich auf der Kommandobrücke zum Dienst zu melden. Ja, wenn hier nicht so eine Panik wäre, ne? Da sind die wirklich 600 Jahre durch ein Weltei geschmuggelt. Wer sich übrigens fragt, ab wann das war bei Mass Effect, das war zwischen Teil 2 und 3 wohl angeblich. Oder Ende Teil 2 muss das gewesen sein, als die hier eben abgedüst sind. Ach, ich kann mich auch umblicken. Sag das das Feuer, Mensch. Nachricht der Gründerin? Achso. Ja, okay. Ich halte es für wichtig. Am Anfang stand die Vision. Dann schreiben Sie mir ruhig mal. Ich würde gerne erfahren, wie wir vorankommen. Das hatten wir doch noch nicht. Ist egal. Abmelden. Okay. Noch ein Kolonist. Ich muss erstmal alles anfassen, Leute. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich muss hier durchgehen. Gerade eben hat uns ja hier auch der Koster gewunken. Hey, heftiger Weckruf, was? Mit sowas als erstes nach der Stase hatte ich nicht gerechnet. Damit sind wir schon zu zweit. Halten Sie durch. Oh, ihm scheint es ganz gut zu gehen. Noch mehr? Bis später. Liam. Liam. Ja, okay. Haben Sie Ihr Nickerchen genossen, Ryder? Ich glaube, ich brauche für den Rest meines Lebens keinen Schlaf mehr. Ein oder zwei Jahrzehnte mehr hätten vielleicht nicht geschadet. Stimmt. Wir reden später. Den Wert hier haben wir mit dem Schiff wahrscheinlich. Guckt euch das doch mal an hier. Man sieht sich. Okay. Gut. Oh, und hier ist ein Datenpad. Nachricht von Captain Dunn an die Besatzung oder Besatzung der Hyperion. Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein sollen. Wir sind im Helios Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Das mit der Stase befasste medizinische Personal soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Erwecken Aufwecken Priorität. Bereiten Sie die Mitglieder anschließend auf die Feldaufklärung vor. Berichte über ein ungewöhnliches Himmelsphänomen im Cluster werden derzeit überprüft. Mehr dazu in Kürze. Captain Dunn. Und ja, die Andromeda-Galaxie ist ja auch unsere wirklich am nähesten liegendste. Oh, jetzt ist es gar nicht weg. Oh, ich dachte, es verschwindet dann. Du bist jetzt aber auch nicht mehr meine Doktorin. Okay. Jolle, 17 Minuten Mass Effect Andromeda im Vorraum. Das bedeutet, dass irgendetwas die Generatoren zum Ausfall gebracht hat. Und was? Oh. Etwas Großes. Diese Generatoren sind extrem robust. Es braucht schon einiges, um sie zu überlassen. Nur gut, dass seit 600 Jahren niemand mehr etwas gegessen hat. So ist uns zumindest nichts Erbrochenes um die Ohren geflogen. Boah, ich mache jetzt nochmal... Das ist irgendwie merkwürdig im allgemeinen Spiel sind sie... Warte mal, wir machen die Gesamtlautstärke mal ein bisschen runter. Musik. Äh, Sci-Fi dann auch. Aber Dialog lassen wir ganz oben. Ich hoffe, dass das funktioniert so. Okay. Ihr müsst lauter reden. Hier ist es auch wurscht, ne? Ich merke schon. Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. Ist das jetzt dein einziges Problem? Kaffee? Hey, Kura, komm. Komm, wir hauen ab. Sind Sie bereit? Was ist los? Wie in der Kaffee! Scheiße! Ups. Äh. Hey, hier oben! Ja? Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegrillt. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist! Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Wir haben... Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hey, Ward, du kümmerst dich hier. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Keine relevanten Daten. Hallo? Scannen? Dieses Element funktioniert einwandfrei. Irgendwo muss der Defekt doch sein. Ja, wir haben ja noch ein bisschen mehr. Es gibt keine Hinweise auf einen geschäftigen Schaffung. Axialkruppe. Was passiert denn eigentlich, wenn ich das nicht löse? Relay 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturschwitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relay. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Weiß ich nicht. Kann ich das? Ich probiere mein Bestes. Ich drücke einen Knopf. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie erst um. Oh oh. Werte sind im grünen Bereich. Korra? Alles gut? Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Na, immerhin. Einsatzziele. Ja, wir gehen das alles ganz smooth an hier. Wir machen das. Bitteschön, die Dame nach ihm. Oder auch nicht. Hey, alles gut? Alles okay. Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das Abenteuer beginnt. Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Ich weiß auch nicht. Also, dann bringen Sie das mal zurück. Ich muss das mal lesen, hier Korra-Mind. Und automatische Logs. Äh, was? Ja. Ach, 2185. Ja, Aufbruch. Ähm, im gleichen Jahr eben die Stase. Anum, was kommen? Sensor, Werte, Bericht gespeichert. Kursabweichung. Wird, oh, Kurs korrigiert. Noch im selben Jahr. Irgendwas ist da passiert. Sensor, Sensor, Ziel, Flugbahn bestätigt. Nicht wirklich viel vorgefallen. Stase-Aufhebung. 2819. Das wäre jetzt. Nexus, Archen, Nathanus nicht gefunden, Sensorfehler, und Fehler. Okay. Ich komme. Kann ich doch mal kurz quatschen? Die werden immer leiser. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich der schlimmste Fall ist. Was meinst du damit? Ich habe eine Funkmeldung gehört. Aha. Aha. Okay, gut. Die haben aber noch nicht mal Untertitel. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensor-Gitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Käpt'n. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen Goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Ähm, sie hat das Kommando. Sie ist der Käpt'n. Das letzte Wort sollte bei ihr liegen. Naja, er könnte... Es geht nicht darum, wer hier das letzte Wort hat. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7. Die neue Erde. Wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben Sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Ja, irgendwie sieht sie so nicht aus. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Sieht halt schlimm aus. Stimmt. Der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage. In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomenen stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut. Aber beeilen Sie sich. Hapa, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Geben Sie ihm eine Chance. Er ist besorgt. Auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Habitat 7. Tja, goldene Welt ist das nicht mehr. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders, Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja. Und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Na klar. Endlich. Action. Nein, Scherz. Sie sollten Ihren Helm holen. Ja, mach ich. Und machen Sie vielleicht noch mal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Mann, hier wird so viel... Aber was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Mhm. Machen wir doch gerne. Es ist noch relativ viel Gequatsche und Getorke und so. Ich glaube, das Verhältnis zum Vater ist irgendwie sehr kühl. Im Englischen sprechen die sich übrigens mit Sarah an. Also der Sohn spricht Ihnen mit Sarah an. Oh, guck mal, hier ist ein Spind. Sarah? Sarah spinnt. Ähm, okay. Und Alec. Anscheinend. Hier ist ein Wasserkühler. Cool. Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Ja, das stelle ich mir ein bisschen schwer vor, auch in den Rüstungen. Oh, warte mal. Wie konnten sich die Umstände so ändern? Ja, Cora, das müssen wir halt klären. Dafür sind wir doch da. Guck mal hier, da kommt richtig so ein... Hey, Fischer, wie geht's? Ich habe von der Brücke Leuten hören, dass ihr Vater und der Käpt'n in dieser Sache nicht einer Meinung sind. Ähm, ja, stimmt. Sie war von der Expedition nicht begeistert, aber mein Dad konnte sie überzeugen. Ja, man mag's gar nicht glauben, aber ich war auch schon mal in Seven. Ich find das... Ich find das irgendwie cool. Aber sowas sind das gerne. Ja, ist ja gut. So, Datenpad. Handbuch für Pathfinder-Teams. Einführung als Mitglied des Pathfinder-Teams. Spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Bemühung der Andromeda-Initiative, sich in der neuen Galaxie zu etablieren. Das Team muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen. Statusverifizierung goldener Welten, Aufklärung und Kartografierung unbekannter Gebiete, wissenschaftliche Analysen und Erdeckung neuer Phänomene, potenzieller Erstkontakt mit Fremdspezien, äh haha, Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Einheimischen und allgemeine Unterstützung von Siedlern und Außenposten. Ja, also wir sind so, dass das Mädchen für alles ist, glaube ich. Das Pathfinder-Team versammelt sich im Hangar. Ja, Sam. Oh. Ruinieren Sie uns jetzt die Party? Tut mir leid. Tut mir leid. Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja. Wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Ja, wir sind zu Hause, Angst ist angebracht. Hm. Ja. Oh, wir können auch wieder anmachen. Bitteschön. Sorry. Oh, wir nehmen hier unseren Helm. Erledigt. Ihr Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Wie geil. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. Ja, natürlich. Kann ich verstehen. Oh, Leute. Das ist dieses alte Medipag. Das gab es damals schon. Das ist cool. Oh, hier ist noch ein Datenpad. Oh Mann, hier gibt es ja so viel. Protokoll bei Erstkontakt. Sollte ein Mitglied des Pathfinder-Teams auf intelligentes, interlöntes, außerirdisches Leben stoßen, muss das Erstkontaktprotokoll strengendst eingehalten werden. Die Andromeda-Initiative zählt die Grundsätze des Friedens und der Kooperation zu ihren zentralen Werten. Aggressive Handlungen gegen Außerirdische sind nur gestattet, wenn diese eindeutig feindselige Absichten an den Tag legen und wenn Mitglieder des Pathfinder-Teams sich in akuter Verletzungs- oder Todesgefahr befinden. Also erst quatschen, dann schießen. Wir nehmen mal die Predator als eine Pistole. Ein kleines Pistolltchen. Es ist wirklich total detailliert. Es spielt sich auch richtig toll. Leute, es ist... Ich genieße das selber jetzt noch so ein bisschen. Cara, können wir mit dir irgendwie reden? Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Ich will unbedingt da raus. Nickerchen war kurz. Kein Plan ist perfekt. Das hier ist die komplizierteste Reise, die je unternommen wurde. Da kann nun mal nicht alles glatt laufen. Zumindest können wir jetzt beweisen, was in uns steckt. Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung Hier leben Drachen. Naja, wenn sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. War das gerade so ein Winken mit dem Zaun fahren? Zaun fahren? Äh, ja, natürlich. Spyware Team hat natürlich auch Dragon Age gemacht, das wisst ihr. Oh, nochmal, komm, der Gewalt, komm, der Wasserkühler, der geht immer. Achso, der Stein. Achso. So, wie die Dinge im Moment laufen, brauchen wir alles Glück, das wir kriegen können. Das stimmt allerdings. Ich glaube, man sollte eben hier auch... Oh, man kann Cora scannen. Daten, DNA-basierter Organismus, 100% menschlich. Cora Harper. Andromeda-Initiative Analyse gehört dem Pathfinder Missionsteam an. Und wir können den Stein scannen. Laut Analyse handelt es sich um Alkalifeldspart und Quarz, allgemein bekannt als Granit. Nice. Gibt es noch irgendwas? Green oder Greer, Andrew, gehört dem Pathfinder Missionsteam an? Was ist er hier für einer? Auch Pathfinder Missionsteam? Und er auch. Okay. Oh, hier. Geil. Flüssigkeit. Wasser vorhanden. Dieses Gerät ist ein Wasserschwender. Finde ich gut. Finde ich doch gut. Mir gefällt die Optik, wenn man hier in dem Scanner drin ist. Okay, jetzt aber. Loskommt. Loskommt, Leute. Genug getrödelt. Hauen wir mal rein. Das klang irgendwie so ein bisschen vorwurfsvoll von der Chora. Es könnte gefährlich werden. Na ja, nur leider wissen wir nicht, was uns dort erwartet. Dafür habe ich meine Zange. Wenn es zehn hat, werden sie rausgerissen. Okay, Leute. Aufbruch in fünf Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Sarah sind wir einer zu wenig. Ich habe gehört, was passiert ist. Aber deine Schwester ist stark. Sie schafft das. Das will ich ihr auch geraten haben. Wir haben gewettet, wer als Erster eine neue Welt betritt. So wollte ich nicht gewinnen. So wie ich Sarah kenne, wird sie schon bald mit dir wetten, wer auf den höchsten Berg klettert. Jetzt musst du dich aber auf die Mission konzentrieren. Verstanden. Eure Mutter wäre stolz auf euch beide. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben, dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Yeah! Lass uns Geschichte schreiben! Gut. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Nice. Leute, es geht los! Ah! Sie ist ja voll reingerasselt, ne? Wow, ist das cool! Wir können uns wirklich umblicken. Aber wir können uns nicht bewegen. Hier ist ganz schön was los! Gravitationsanomaly. Wow! Das war's. Ich beschleunige auf Reisegeschwindigkeit. Da vorne liegt er. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Koster, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Besser als nur darüber zu lesen. Renunziere Geschwindigkeit. Der Planet liegt vor uns. Wir sind ganz schön fix unterwegs. Okay. Ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los! Flugleitsystem ist gestört. Die Steuerung, was passiert? Anflugwinddurm, drei Grad nach Steuerbung. Wir sind durch. Heilige! Schattel 2, sehen Sie das auch? Bestätige. Von hier aus sieht das nicht gerade nach einer goldenen Welt aus. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Oh oh. Ist das der richtige Planete? Ich hatte das geklärt. Konzentrieren, Schattel 2. Ähm, die Berge schweben. Oh, was ist denn das? Okay. Verstanden. Wir wählen. Nicht gut. Glitz, Glitz, ein Schlag. Ach du Scheiße. Nee. Komm, 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 komm. Handle, jetzt. Oh, fuck. Okay. Beschleunigung erhöht sich. Ach nee. Ach, wirklich. Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Bring das in Ordnung. Erreichen tödliche Geschwindigkeit. Oh. Oh. Sam. Scheiße. Ach, 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 ach. Nettes Spielzeug. Das mit dem Omnitool. Oh, Liam. Gott sei Dank. Äh, gibt es Überlebende? Ist das, ist das gerade wirklich passiert? Wer weiß. Vielleicht sind wir es ja und wissen es nur nicht. Naja, wir sind auf jeden Fall in der Hölle. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Wow, ist das hübsch, Leute. Oh, Leute, ist das cool. Jetzt, jetzt wird es... Ja, ja, ich weiß. Ist das Wasser hier überhaupt Wasser? Weiß ich nicht, Lagian. Ich weiß es nicht. Geil. Geil, Leute. Das ist das erste Mal, dass ich so wirklich auf der Mass Effect Welt bin. Gönnt mir den Spaß. Diese Bauwerke, die wir beim Anflug gesehen haben. Wer kann an so einem Ort überleben? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Oha. Aber cool, der Planet hat hier noch so einen ganzen Außenring, ne? Wahrscheinlich aus Steinen, kleinen Steinen oder Gasen oder weiß ich was. Hier. Voll awesome. Jetzt kann ich auch endlich mal ein bisschen quatschen. Die Stürme erscheinen nicht natürlich zu sein. Oder auch nicht. Ach so. Stimmt. Wir müssen jetzt auch immer scannen, ihr Lieben, ne? Das ist leider so. Tja, ohne Sam lässt sich schwer sagen, was das genau ist. Ihr seht schon, wir sammeln... Es ist eine Pflanze. Und vielleicht ist sie tot. Vielleicht aber auch nicht. Was steht denn da? Möglicherweise fleischfressend? Ach du Scheiße. Das ist irgendwie gerade schlecht. Siebenprozentig... Siebenprozentige Wahrscheinlichkeit. Ja, Liam. Ich scann dich auch gleich mal hier. Mutmaßlich, also pflanzliche Lebensform. Ja, die ganzen Scanning-Aufgaben und Sachen, ihr seht schon da unten, schalten wir dann so Punkte frei. Die brauchen wir, Freunde. Die brauchen wir. Also ich muss scannen. Wenn das... Ich sag mal so, wenn das zu übermächtig wird, ne? Dann mach ich das vielleicht auch mal so ein bisschen nebenbei. Ja, auf jetzt! Das ist mein Spiel. Ich spiele das so, wie ich will. So. Was ist das da? Keine Quantenverknüpfung, weiß ich doch nicht. Wow. Ja, das ist korrekt. Boah, geil. Oh, was ist das? Will ich auch scannen? Nein, will ich nicht. Gut. Will ich das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Hast du das gerade echt gesagt? Okay. Sie ist eine krasse Wolke, Leute. Gut. Oh, was ist das? Was zum Teufel ist das? Na los, kommen Sie. Wir müssen da durch. Spinnen. Oh, oh. Okay. Lauf, 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 lauf. Mach ich doch. Oh, die Steine, sie schweben. Ach du Scheiße. Ja, komm rein. Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Es fragt sich jetzt mich oder was? Sie versucht uns umzubringen. Wir sind in der Hölle, hat er ja schon so schön gesagt. Mein Lieber, ich glaube in der Hölle sieht das ein bisschen anders aus. Aber schaut euch das an. Sehen Sie sich das an? Da oben fliegt irgendwas. Wow. Ihr lebt ein Drachen. Korra wird es lieben. Ich glaube auch. Oh, die hören sich sogar... Warte mal. Kriegen wir die irgendwie ein bisschen besser rein hier? Boah, was seid ihr für Viecher? Genau. Oh. Einfach vorbei. Oh, oder auch nicht. Liam! Rette meinen Hintern. Ah, das ist denn... Na los! Ja, ist ja gut. Ich glaube auch. Sei bitte kein Baum. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpags einsetzen, falls nötig. Hier ist was. Dann mal los! Noch mehr leuchtende Pilze. Machen die diese Geräusche? Ich glaube nicht. Nein. Die kommen aus dem Inneren des Berges. Bio-Lumi-Sens. Bio-Sens. Cool. Was ist das? Ich orte eine große Menge Energie. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber sie ist stark. Ein Spalt. What the... Okay. Ich meine, wir haben es gescannt, ne? Dann ist das okay. Gut. Noch was gefunden nebenbei. Das gehört sich so. Ich komme. Oh, das Jetpack-Ding, das macht ja feits. Ich hätte sie gefunden. Ich war ein Kopf und später in einer Spezialeinheit. Ah. Echt? Ich erzähle Ihnen die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Bitte. Ich bitte doch darum. Oh. Das wird knapp. Er ist also Kopf, unser Leben. Wir kriegen das hin. Oh. Okay, ich bei mich. Schon gut. Ich habe nichts gesagt. Ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Oh, ist das schick hier. Wirklich. Oh, Leute. Ich bin verliebt. Ah, das hat nicht geklappt. Nochmal nach oben. Ja. Machen Sie mal platt. Danke. Was? Zum Teufel ist das. Ärger. Auf jeden Fall kein Hotel. Nichts hier ergibt irgendeinen Sinn. Nein. Aber alles ist tödlich. Heute stirbt niemand. Ryder. Das ist Fischer. Warten Sie. Dort. Oh, scheiße. Was sagt das Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feinden. Verschuss. So was schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Ach, weiß ich nicht. Wir rechnen mit dem Schlimmsten. Wir stellen uns auf das Schlimmste. Was ja auch meistens eintritt. Ach, nicht so pessimistisch. Schluss, komm. Wir probieren's. Ein Wort und ich eröffne das Feuer. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Neuer Jules. Er ist verletzt. Er sieht uns. Er sieht uns. Wir verstehen sie nicht. Ich, wir bewusst. Geben Sie uns unseren Mann, sonst wird's hässlich. Goal shot. Leute. Ich... Was macht der andere Team? Nein, 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 nein. Scheiße, sie schlagen ihn. Äh, wie benutze ich meine Kraft? Okay. Okay. Geil. Ich sterbe gleich. Oh, wie kann ich denn in Deckung? Das ist so geil. Okay, fortfahren. Wir spielen... Achso, ihr Lieben, wir spielen natürlich auf... Voll aufs Maul. Das ist... Ich weiß auch noch nicht, wie ich in Deckung gehen kann. Kante, Lernkast... Wir verstehen sie nicht. Kann ich jetzt eigentlich schon... Geben Sie uns unseren Mann, sonst wird's hässlich. Goal shot. Was macht der andere Typ? Scheiße, sie schlagen ihn. Okay, wir gehen mal in Deckung. Ich glaub, Kopfschüsse brichten nicht so viel an, oder? Pam, damit bist du tot. Schnell in Deckung, warte. Hier runter. Alles klar, nachladen. Und nochmal. Och, wieso geht das nicht? Schreiner, mach, Pam. Ist irgendwie... Okay, ich hab einen Nahkampf gefunden. So viel zum Thema Frieden. Danke, dass Sie eingegriffen haben. Ich wollte eigentlich nicht kämpfen. Ich hätte es gern vermieden. Wir töten unsere ersten Aliens. Das war nicht der Plan. Pläne ändern sich. Zumindest wissen wir jetzt, was Sache ist. Es gibt hier Aliens, die uns töten wollen. Wir wissen noch nicht mal, was wir wollten. So wie Sie sie behandelt haben, Blutproben, würde ich sagen. Blutproben? Naja, gut, ich mein, wir haben auch als erstes geschossen. Okay. Ich hätte gehofft, das läuft besser. So sollte ein Erstkontakt nicht ablaufen. Hatte ich mir so nicht vorgestellt. Das war deren Schuld. Aber vielleicht läuft's ja nächstes Mal besser. Ja, hier können ja nicht alle so mies drauf sein. Wo sind die anderen? Ja, ich würde das ja eher vermeiden, optional. Ach so, warte, 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 warte. Ich hole hier raus. Warte, pass auf. Organische Lebensformen. Unbekannte Bestandteile. Ja, irgendwie schon. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Wow, da hinten ist es, das Ding. Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Warte, den kommen ja auch. Allerdings sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig... Bei seinem Freund hier ist es dasselbe. Entschuldigung, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ihr merkt schon, ich lasse nochmal gerne alles durchlaufen. Und ich höre mir auch alles an. Das ist schon immer so gewesen. Also falls jetzt hier gerade wirklich wer neu ist und sich denkt, was macht die Alte da eigentlich? Ich sauge alles auf. Das war schon immer so. Wird auch immer so bleiben. Don't worry. Ah, ei, ei, ei. Und ja, wir haben halt das Schwierigkeitsgrad volles mit, ne? Ist euch bewusst. Das wird lustig. Sterben. Oh, drei Typen schon. Was? Shit, ich wollte ihn doch retten. Ach, fuck. Okay, Ryder, du musst dir weg. Okay, Ryder, du musst dir schneller weg. Scheiße, haben Sie das gehört? Ich glaube, mein Sturmkämpfer ist nicht so perfekt für diesen Schwierigkeitsgrad. Aber hey. Geil. Einfach nur geil. Sehen Sie sich die Leichen an? Was ist das für dich an? Liam, haben wir. Komm. Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam, aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert. Gar nicht gesehen. Schildkondensator. Ich habe keine Ahnung. Brandmunition. Ja, gut. Wie? Leertaste. Nehmen. Ich will alles nehmen. Und Ihre Panzerung scheint eine Art Pnochenstruktur zu sein. Wo ist mein optionales Ding jetzt? Munition aufgeladen. Ah, okay. Und was macht das Ding hier? Wir finden es schon. Karte. Äh, unbekannt. Alien-Bauwerk. Okay. Sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig Auskunft schaffen. Ah, wo war denn jetzt unser Optionalus? Wir sind der Aufklärung für Experte. Mach ihn. Ha. Natürlich. Es sah aus, als wüssten Sie mit einer Waffe umzugehen. Ah, ja. Ich war eine Weile bei den Friedenstruppen der Allianz. Oh. Ah, Feuer. Können wir eigentlich mit F5... Das ist Ausrüstung aus einem unserer Shuttles. F5, es gibt keinen? Warte mal, es muss doch Speichern geben. Spiel? Spiel speichern geht nicht, weil Prioritätsmissionen manuell gespeichert sind. Nicht manuell. Bei Kontrollpunkten. Das ist scheiße. Ich will mit F5 und F9 wirklich speichern und laden, bitte. Gut. Der Atmosphärensensor funktioniert noch. Lassen Sie mich raten. Er zeigt an, dass wir die Luft hier nicht atmen sollten. Jo. Ja, aber er registriert keinerlei industrielle Schadstoffe. Das ist also nicht der Grund, wieso hier alles tot ist. Und es sind auch keine radioaktiven Isotope nachweisbar. Das heißt, dieser Ort wurde nicht... Durch Atomwaffen zerstört. Okay. Hören Sie das? Ah, das ist das... Genau, hier wollte ich hin. Weh, er schießt ihn. Ja, ich hab's gemerkt. Oh, Entdeckung. Holy moly. Ah, ha, ha, ha. Wenn Sie einen Kampf wollen, können Sie ihn haben. Einer ist da noch. Okay, pass auf. Pam. Das war der letzte. Huh. Ich fass es nicht, dass das hier wirklich passiert. Hat Kirkland es geschafft? Ah, sieht nicht so gut aus. Das wird auch ein ganz schönes Kommunikationsproblem sein. Werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Ich hoffe nur, Greer ist noch am Leben. Was ist das denn hier? Trotzdem, sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. So was habe ich noch nie gesehen. Unbekanntes Material. Es sieht aus, als wäre es mindestens 300 oder 400 Jahre alt. Die Archen sind vor 600 Jahren aufgebrochen, richtig? Ja. Ja. Unsere Langstreckenscans hätten das hier nicht angezeigt. Diese Gebäude. Dieser Turm. Vielleicht war das alles noch nicht da, als wir die Milchstraße verlassen haben. Darf ich mal anmerken, dass das so in der Nacht mit dem blauen Licht, dass das absolut fantastisch aussieht. Meine Güte. Was ist das hier? Okay, das ist merkwürdig. Selbst mit diesen Daten habe ich keine Ahnung, welchem Zweck das hier dient. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie derjenige gedacht haben muss, der es erfunden hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Unsere Evolution hat sich zwei Millionen Lichtjahre entfernt abgespielt. Ganz schön unheimlich, wenn man so darüber nachdenkt. 300 oder 400 Jahre ist es aber auch nicht so alt, ne? Ja, das ist Kirkland. Äh, äh, was? Äh, okay. Oh, der kommt gleich. Ah! Oh, was ist das? Nochmal, nochmal, los und nochmal. Oh, scheiße. Oh, was du nicht sagst. Ich hab das, ich hab's auch erst gar nicht gesehen. Und unsere, ähm, Lebensenergie... Da geht's weit runter. Oh ja, und unsere Lebensenergie nimmt auch nicht, ähm, Fahrt auf, sag ich mal. Achso, Scannen? Wieso? Wieso wird mir denn Scannen jetzt angezeigt? Was willst du? Achso, von dem Vieh. Ja gut, ich mein, wir haben auch Amphibien, die sich tarnen. Das ist ja so jetzt gar nicht... Kloppt. Forschungsdaten... Hey, wir haben schon ein bisschen was gesammelt. Sehen Sie mal, Signalraketen. Da drüben! Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nachtpunkt. Aber warte mal, wir haben ja noch ganz viele optionale Sachen irgendwie. Das da ist, äh, Greer finden? Äh, hier ein Bauwerk. Wir müssten... Ich glaub, hier kommen wir nur noch rum, wenn wir einmal rumgehen. Also, ich will jetzt noch nicht sofort hier die Hauptquest, ähm, ihr kennt mich. Ähm, ich will mich erst mal umgucken hier. Das ist sowieso zu gut. Oh! Alter! Vielleicht kommen wir mit den Jetpacks rüber. Ah! Die Blitze machen es jetzt auch nicht einfacher. Wo geht's denn hier lang? Was da wohl drin ist? Ähm, okay. Was zum... Haben Sie das gesehen? Ja. Da war irgendein fliegendes Ding. Schreiben Sie es auf die Liste der Dinge hier, die wir nicht verstehen. Verstehe. Behälter, alles nehmen. Disruptor-Munition. Wir können uns gleich mal... Äh, was? Sprossensaat-Ampulle? Universal-Halbleiter. Und... Boah, nehmen wir alles mit. Es gibt ein Inventar, habe ich auch noch nie gesehen. Auf I. Nicht verfügbar. Ja, ja, leck mal der Föße. Dann eben nicht. Dann lässt... Dann lässt er dit. Fähigkeiten, da gibt's so... Könnt schon einen Punkt ausgeben anscheinend. Das machen wir gleich mal. Oh, was war hier? Ach, warte. Mit STRG kommt man denn? Warte mal, Shepard. Ah, ist klar. Haha. Mit Jetpack macht sowieso viel mehr Spaß. Haha. Was ist das? Was ist das? Springen? Das Ding haben wir? Funktion unbekannt. Vielleicht kaputt machen oder so? Äh. Nee. Definitiv nicht. Ich soll da jetzt rüber springen oder was? Bist doch bekloppt. Ohoho. Ich hab's irgendwie geschafft. Kommt dieses Geräusch von unten? Äh. Alien-Götter der Winterwelt. Ha. Sagen Sie doch sowas nicht. Ich glaube, das sind Maschinen. Man spürt die Vibration. Waffen-Mod. Ach, dieser Ausmaße. Wer hat das alles gebaut? Alien-Götter. Ja, wenn das eh nur 300, 400 Jahre alt ist, sind, kam das ja eh nach unseren Sensoren und weiß ich. Unbekanntes. Das ist auch alles von unbekanntem Material. Da drüben ist da noch was? Kann man irgendwie nicht zoomen? Doch, so könnte man zoomen. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen beeilen, aber ich bin heute echt ein bisschen tran-tütisch. Juhu. Und wo kommen... Jetzt sind schon wieder Feinde. Wo bin ich denn hier? What the fuck is that? Geheimnisvolle Höhle. Okay. Ich glaube, das Open World hat angefangen hier. Ja. I know it. Sie haben uns gesehen. Ah, diese Predator. Oh, no, 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 no. Es geht los. Sie haben es nicht so mit Toten, was? Okay, alles klar. Wie kann ich denn dem befehlen, dass er da auf diesen Köter soll? Och, nee, nicht hier, oder? Also, diese Speicherpunkte sind ja... I don't like diese Speicherpunkte. Komm, das scannen wir noch schnell. Und los geht's. Wow. Und weiter. Ah. Kommt dieses Geräusch von unten? Äh, Alien-Götter der Unterwelt? Ha, sagen Sie doch sowas nicht. Ich glaube, das sind Maschinen. Man spürt die Vibrationen. Ja. Verrückt diese Ausmaße. Wer hat das alles gebaut? Vielleicht können wir die auch von weiter... Weiter. Wo uns sind noch mehr dieser Aliens? Ja. Sie haben uns gesehen. Oh nein, wie hat denn der das jetzt gemacht? Dieses Vieh, das ist doch scheiße. Sie haben es nicht so mit Reden, was? Oh Gott. Typ, greif das Ding an. Achtung, Sie setzen diese Tiere ein. Vorsicht, Sie tausen sich. Boah, was? Was ist das denn? Das ist für Kirkland. Ha, 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 ha. Ich brauche Schilde. Ha, ha, ha. Wie kann ich in dem fehlen? Ich bin klar bei Ihnen. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Oh. Die haben grünes Blut. Munition niedrig. Na, jetzt haben wir gleich ein Problem. Pam. Liam, du hast Granaten? Du bist ein Spitzenmann. Oh, ich habe ja doch noch eine andere Waffe. Ja, sagt das doch, dass ich die Avenger mit habe. Ha, ha, ha. Alles klar. Ja, komm ran. Wo ist denn der jetzt? Der andere? Wir haben geschossen, du hin. Ja, pam. Ja, das ist gut. Das war harig. Einer ist da noch. Scheiße. Ich komme nicht ran. Doch jetzt, pass auf. Pam. Los, nochmal drauf. Oh, shit. Ach, sagt doch nichts. Ich habe ein Massen-Effekt-Portal bewacht. Ich wünschte mir, ich habe eins für die Archen gehabt. Ich frage mich, was diese Kerle hier wollten. Sie sind offenbar abgestürzt. Das ist keines unserer Schiffe. Mhm. Alles klar. Warte. Lass dich mal kurz das hier aufmachen. Das ist Nahrung, denke ich. Von hier können sie nicht stammen. Auf diesem Planeten wächst überhaupt nichts. Es stammt definitiv nicht aus der Milchstraße. Dann ist es eins von deren Schiffen. Glauben Sie, der Sturm hat es erwischt? Möglich. Wenigstens ist das Wetter nicht parteiisch. Angesichts der Tatsache, dass es ihr Planet ist, hätte ich erwartet, dass sie mit den Sturmen zurechtkommen. Ja, aber das sieht ja auch so aus, als wären die hier vielleicht auch gestrandet, so wie wir. Ich weiß es noch nicht so ganz. Oh, was ist das? Ähm, unbekannt. Okay. Wahrscheinlich, wenn der in Sam irgendwann offline, äh, online ist sie da, dann reicht er uns die ganzen Infos nach. Ich habe keine Ahnung. Ich suche jetzt gerade noch ein bisschen Muni. Wie sieht es denn aus? Äh, Pistole ist irgendwie leer. Au. Boah, das stößt immer so einen ganzen Energieimpuls aus. Was ist das? Ja, unbekannt. Ist erst mal alles unbekannt. Okay, ich renne mal hier lang. Irgendwo rechts hinten ist noch ein optionales Ding. Wir müssen auch noch den Greer finden. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Warte mal. Greer, Greer, Greer. Nee, Greer ist da. Äh, was? Wo? Da? Ach so. Ja, frag mich doch nicht. Hihi. Optional die Höhle erkunden. Oh, wow. Lebensform. Also, stand ja jetzt auch gerade hier, Fotosynthese ist vorhanden, das heißt, sie brauchen auch eine Sonne? Es könnte ein extremes Beispiel für ein Mikroklima sein. Vielleicht wurde es ja all die Jahre durch die Höhle geschützt, während der Rest des Planeten gestorben ist. Da draußen ist irgendwas Übles passiert. Aber das heißt auch, dass es Hoffnung gibt. Das Leben, wie wir es kennen, kann in Andromeda gedeihen. Jetzt geht's los hier mit den Sprüchen. Gut. Nichts. Da oben geht's ja auch noch ein Stück weiter. Komm mal hoch, Liam. Oh, das sieht toll aus. Ich bin echt auch noch so ein bisschen geplättet in der ersten Folge. Ist für mich immer so, wow, voll cool, Mann. Alles geil. Ich lasse mir auch recht, äh, zahlt. Ich hoffe, das ist wirklich so angenehm für euch. Huch, was, was ist das? Haben wir das schon? Dadda. Auch unbekannt. Sag mal, wo zur Hölle? Jetzt zeigt mir doch mal die Karte hier. Das ist doch Karte. Wir müssen Greer finden. Das heißt, ja, wir sind schon richtig. Wir finden jetzt doch Greer und dann machen wir mal Schluss. Das ist eine lange Folge. Upp, und wieso habe ich jetzt mein... Wieso ist denn da jetzt mein... Ja, ist schon besser. Das verwirkt. Geht nach oben. Linke Seite. Alles klar. I'm on the way. Whoa. Der muss hier irgendwo sein. Da. 90 Meter. Bist du da, Liam? Ja. Oh, oh. Ich glaube, wir müssen weiter. Ja, Funkrauschen. Boah. Aber es ist ein Muster. Ähm, das Symbol blinkt in der Nähe, wenn sie in interessante Bereiche, what the fuck? Hier? Was soll man denn hier machen? Scannen oder was? Weiter nach oben? Das ist irgendwo hier. Ja, und jetzt, ihr Lieben? Willst du mir irgendwas sagen? Dann sag. Bitte. Na, hier ist es anscheinend auch noch. Wow. Warte mal, ich geh mal hier lang. Ah, Krier. Ich verstehe Sie nicht. Ich komme aus der Milchströme. Ja. Hilfe! Durchreifend, Krier. Ich komme. Halten Sie Ihren Kopf unten. Ich hätte gern wieder die Pistole, die macht mehr Schaden. Oh, nee. Keine Munizur. Da kommen Sie nicht raus. Oh, war das... Hat der gerade was geworfen? Hör auf, was zu werfen. Okay. Wie kann ich denn die Schulter wechseln? Scheiße. Ah! Pamm! Oh, oh, oh. Tox... Oh, toxisch. Ist das hier toxisch? Gott sei Dank. Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot. Aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorreden um und gehe dann zurück. Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind. Wir suchen das Shuttle meines Vaters. Viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Gut. Gerettet. Mann weiter gerettet. Und du kümmerst dich jetzt um Fischer. Verstehe. Ähm. Oh. Naja, das ist der Typ. Der ist auch aus unbekannten Bestandteilen, ne? Wow. Da... Sonst nichts, Mandy, Herr Blum. Wir haben es... Haben wir es gerissen? Wir haben es gerissen. Geil. Oh, toxisch. Oh, puh. Ihr Lieben, ich klappe. Ich mache jetzt Schluss für die erste Folge. Ähm. Ich bin gerade noch ein bisschen überwältigt. So ein bisschen... Ja, doch. Irgendwie schon. Ich halte lieber die Klappe. Leute. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.